Ah Stefan, was würde ich machen, wenn es draußen zwei Meter geschneit hat und ich habe keinen Strom? Ich hatte erst gedacht, ich würde für Vitamine sorgen, aber da kam mir ein anderer Gedanke. Zwei Wochen ohne Kollegen, ohne Verwandtschaft, nur mit der eigenen Familie. Also ich entscheide mich für Knoblauch. Das würde ich bunkern und zwei Wochen lang ordentlich reinfuttern. Gut für die Gesundheit, gut für die Abwehrkräfte, gut für den Geschmack.